Mahlzeit Männer, Mahlzeit Puppen, hier ist wieder Conny der Schnitzer. Klar, ich bin euch in den Tagen wahrscheinlich schon mehr auf den Sack gegangen als das Coronavirus, aber das ist ja nun mal auch meine Aufgabe. Ich muss die Leute unterhalten und sagen was Sache ist, weil die ganze Welt ja sonst aus den Fugen gerät, wenn der Conny nicht mal die Hand darüber hält. Aber ich bin heute mal ein bisschen traurig, weil ich hab so vor zwei Wochen habe ich den Geburtstag von meinem Kleinen gefeiert. Da war ja nur die Welt noch in Ordnung. Und jetzt will ich alles scheiße. Und ich hab mir gedacht, ich mach mal heute was Schönes und sing mal ein Ständchen für all die Leute, die Geburtstag haben und gar nicht feiern können. Aber tut mir richtig leid. Der Song, der geht raus für euch. Ich muss mich ganz kurz vorbereiten. Ich geh nicht weg, ich bin hier, hab keine Sorge. Ich hau so richtig einen raus, ne? So. Schöne Jacke. Sitzt ja heute wie der... Hut. Gut, ist natürlich jetzt kein Original, aber ich stimme ihm mal ein. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Keiner deiner Freunde feiern heute mit dir, denn du sitzt zu Hause mit ganz viel Klopapier. Wie schön, dass du geboren bist. Ich hab dich sonst vermisst. Schade, dass wir nicht zusammen sind. Ich gratuliere trotzdem heute Geburtstagskind. Ich gratuliere dir heute trotzdem Geburtstagskind. Du, 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 du. He, he. Guck mal, den hab ich rausgehauen, ne? Seid ihr alle geschockt, oder? Seid ihr am heulen? Ich weiß, das bringt mich auch ein bisschen... Ich muss, ich muss halt anziehen, ich muss halt abbrechen. Ich kann ja einfach nicht mal weiter...